Na klar, sind wir wieder. Natürlich sind da wieder Gegner. Äh, doch, warte mal. Ja, danke. Schön fernangriff. Das letzte Ding soll. Oh. Hallo. Okay. Äh, ja. Von dem Bus aus. Hallo. Na super. Hier halt, der nervt. Du hast das Ding. Greff ich von dir ausbebracht? Bring mir sie zum Schwein. Nö. Autsch. Geh weg. Okay. Du wischt auch? Aber na, Randa. Hör von Brüder. Ich muss das unbedingt erhöhen. Really? Eben was zu sehen und dann was weg. Ich hätte auch das andere nehmen können. Aber egal. Ah, das ist da unten. Das ist ein Drehrad. Bei allem, ich war ja eh schon da drüben. Wie oft ich das einfach schaffe, dass ich docke, alles klar. Also, dass ich mit den Knie gehe immer. Wow. Natürlich hätte ich das... Ich war doch da schon drauf. Ja, vom Bus aus. Natürlich. Äh, ja, bevor wir da hoch... Ach so. Okay, wir sind noch nicht ganz hoch, alles klar. Deswegen speichere ich hier nochmal. So. Und hoch da. Ich glaube, das hätte den Sterblichen verborgen bleiben sollen. Die Unterwelt ist nah. Wenn wir drin sind, kommen wir nicht so einfach wieder raus. Bist du soweit? Ja. Klingt, als wärst du bereit. Gut. Dann gucken wir mal. Gibt es im Jenseits irgendwen, den du gerne wiedersehen möchtest? Bei mir wär's mein Großvater. Wir könnten gemeinsam Kappa jagen. Ah. Bei mir meine Eltern. Hä? Deine... Sorry. Das wusste ich nicht. Jo. Aber irgendwas passiert doch hier eh wieder. Natürlich sind der Gegner. So viel Verderbnis. Wenn Ed recht hat, sollten wir hier irgendwo das Unterweltöl finden. Wir haben Gesellschaft. Hm. Hm. Ne, das funktioniert doch gar nicht. Weit weg. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Aber auch keine Pfeile mehr. Schade. Na ja, weißt du was? Der ist weg. Hat sich aus dem Staub gemacht. Was ist das Ding? Oh. Cool. Sehr cool. Waren hier noch Gegner? Ne. Ach, das musst du so machen. Genau. Hehe. Naja. Egal. Achso, da ist das Ding. Okay. Super. Man, ich füge mir noch Schaden hinzu. Nur weil ich so blöd bin, ey. Hm. Pfeile. Oi. Duf ich schon wieder. Okay. Voll. Ach, da fliegen auch welche. Okay. Ja, komm her. Komm her. Äh. Komm. Ja, komm her. Oder bleib da stehen. Na super. Komm her. Wow. Toll. Voll verschwendet. Der schießt nur dagegen. Der auch. Nur der würde ich treffen. Lauf bei dem Vieh. Äh. Ab dich. Okay. Komm. Ja. Okay. Was war denn das? So kann ich abbrechen, ganz gut. Äh, ja. Ein Dreirad. Brauch Energie. Hm. Ach, das hat sich gerade geöffnet, okay. Ich muss das gerade ein bisschen freiräumen, ne? Hm, das hat sich noch nicht... Ja, ja. Hast du einen Mampfen? Hallo. Toll, da wollte ich ja nicht gar nicht gegen schießen. Autsch. Ich will das erstmal wegräumen. Ach, da hing er fest. Nein, nicht her. Lass mal ruckeln, ey. Hallo. Oh, klar. Nein, wo bist du? Da. Jetzt aber. Meine Güte. Ähm. Es ist freigeräumt. Wow. Und erstmal heilen. Sure. Machen wir die Sachen einsammeln. Machen wir die Sachen einsammeln. Was wir ein bisschen aufgeladen sind. Zumindest die anderen Sachen auch. Darüber war noch ein bisschen Kohle. Und da haben wir hier auch. Für den Fall der Fälle immer alles. Dahinter ist auch noch was. Also ein großes Kampffeld eigentlich, ne? Ah, haben wir. Das haben wir. Ich dachte, da wäre irgendwas gewesen. So, mal gucken, was hier passiert. Völlig gar nichts, außer, dass wir das mitnehmen können. Sie wollen es uns nicht leicht machen, was? Uns bleibt nichts anderes übrig. Zumindest fürs Erste. Oder das. Okay. Hm. Dann musst du trinken wieder. Aber kein Platz. Hier kommt doch ein Kampff, oder? Ja, wahrscheinlich. Wenn ich näher hingehe. Oder so. Wie das? Nö. Ähm... Feuer? Nö. 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 Okay. Boah. Zack. 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 Jetzt. Komm. Jetzt wo noch das Öl. Okay, ganz so schwer war das nicht. Aber weil ich auch schon die richtige Sache eingesetzt hab, ne? Frage ist, ob wir das Öl überhaupt kriegen schon. Ich schau erst mal, dass ich die Sachen soweit auflade. Okay. Das sind nur die Sachen. Okay. Wow. Ah, jetzt aber. Jetzt aber. Gut, wir sind hier fertig. Gehen wir. Ach, hallo. Ihr sitzt wohl in der Klemme, Fremde. Ich habe viel Nütze. Ach so. Wenigstens hat er Spaß. Das heißt doch irgendwas, oder? Irgendwas taucht doch hier auf, oder? Oder nicht? Okay. Doch nicht? Doch. Oh ja, klar. Dass das wieder auftaucht. Beziehungsweise, dass zumindest irgendwas passiert. Da vorne doch auch. Natürlich. Autsch. Wusste ich's doch. Bricke. Warte mal. Ich geh mal hier hin, wo wir mehr Platz haben. Bricke. Äh. Bricke. 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 So, da kommt gleich noch jemand. Boah, wen? Oder sie. Natürlich. Ihr seid doch doof. Oh did. Was? Boah. Wischen vorsichtiger kämpfen? die bombe ich dann mal runter her runter mit dir oh von der anderen taucht noch einer auf nein vergiss es jetzt häng ich fest Boah. In. Autsch. Mann. Dieses Aufladen ist echt nervig. Toll. Na toll. Toll, wer rennt auch nicht schneller. Wo kam die jetzt eigentlich noch her? Und nochmal. Wir sind hier fertig. Gehen. Wir kennen das schon. Ah. Warte mal. Wenigstens halt. Nehmen wir uns die mal mit. Weil die können wir nämlich besser gebrochen. Davon haben wir noch einen, davon haben wir noch zwei. So viel Nahrung haben wir auch nicht mehr. Ja. Die Verderbnis kommt zurück. Das erklärt, warum die meisten nicht von hier zurückhängen. So. Na. Ja. Dreck. Aha. so so stehen geblieben was für ein erfolg äh ouch bleib stehen hier bin ich äh äh boah die sich versteckt eben verreck was für Mistücher reform konzentriert geworden gerade hallo wenigstens alles mal wieder her sie sind halt gut zum kämpfen und ich hab einen erfolg bekommen dadurch boah wieder mehr Nahrung eigentlich beziehungsweise ich hab noch ein bisschen Nahrung sonst das nicht äh warte mal kann ich auch so machen vergesse ich immer auch mit Thales zu machen kann ich so machen hallo ach ich hatte auch ne Lampe ups jetzt komm ich raus na geht doch oh man geschafft hätte nicht gedacht dass wir das überleben ja das war knapp da sind wir noch mal davongekommen ja jetzt müssen wir da hin ja wir haben noch so viel hier drauf können wir nämlich hier hinweisen uiuiui was das eben war miese piece speicher hier einmal äh ja hopp du und deine schwester seid also ganz allein genau verstehe dann müssen wir ihr erst recht helfen ja vor allem hier lebt keine mehr und alles überheißt noch musik was ist das hier verkaufsstand war hier ok dat outfit offizier ok offizier ach so voll dran vorbeigelaufen oh boden der oden eintopf da muss ich hin aber wenn ich schon auf dem weg dahin bin dann mach ich erstmal das so ich hab alles ja der hat eh gerade noch keine micke gegeben ach da ist die telefonzelle gleich oh hall oh schüss oh schüss einfach niedergestreckt der ist schon wieder alle materie alle hüllen sollen ins nicht zurückkehren und mit ihnen auch die wandernden seelen der gefahrt noch weg akita daran bist du doch so gut genau wie schon bei mama und papa nein ich ich strebe weder nach macht noch nach herrschen ich strebe du hast ja richtig potenzial erlösung erlösung für euch alle ich bringe liebe alles was ich tue tue ich aus liebe ihr wandernden seelen und alles ja laber nicht oh hm unten haben wir noch das ich muss da einmal ganz kurz hin ach so das ist da wo wir abgespeichert haben das hier wird markiert geht nicht da sitzen die rum ach fuck tschüss hoppla na sowas tschüss 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 ok ok oh 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 hi nice hallo hey mann was haben die eigentlich nicht die haben irgendwie alles takoyaki hast du jetzt religiös geworden ja in diesen zeiten klar hm wird gucken weil da so ein punkt drauf ist ich dachte da steht jemand ich dachte da steht jemand interessantes man weiß ja nie geister yokai alles möglich ok das sind also so ne tipps tangle tangle du kannst diesen hochgelegenen ort der stadt gelang in den du dich mit dein greif das war gar nicht ein tangle hengst das war das ding wo wir oben drauf schon waren naja aber ich weiß das habe ich erst gemacht ich nehme den hier so boing boing hm hallo ich wollte schon sagen da stand doch betreten hier waren wir nicht schmalen und wie kommt rinko darauf dass du von der ausstellung weißt keine ahnung genau hier waren wir nämlich schmatten na gut dann eben nicht junge na komm her ja lebt immer noch na komm her ja komm bei Fuß ja fein wow ich sollte nicht so an der ecke kämpfen mit ihnen auch die wandern seelen der gefahrt Jedoch, warum soll alles im Nichts enden? Warum glauben wir, sie könnten nicht gerettet werden? Ich strebe weder nach Macht. Natürlich nicht. Ich werde einzig und allein nach Erlösung. Erlösung für euch alle. Ich bringe Liebe. Alles, was ich tue, tue ich aus Liebe. Das wird doch nicht einfach. Jetzt weiß ich's. Mein Sohn war in das Auto vernarrt. Ich wette, das Turbinenrad aus dem passt. Vor allem, du siehst nicht mal was. Wahrscheinlich extra gemacht, dass sie's nicht machen müssen. Gut, dann hätten wir alles. Gehen wir zurück und reparieren das Bike. Okay. Ich muss hier wahrscheinlich jetzt mal so... Wow. Das geht auch. Du hast deine Familie bisher mit keiner Silbe erwähnt. Ja. Ja.